Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir bemerkt, dass wir viel zu wenig Mitarbeiter haben. Und ich bin dafür, dass wir dieses Problem in dieser Folge angehen müssen, indem wir tonnenweise mehr einstellen. Mitarbeiter, sieht man hier, wir haben eine eigentlich fast immer hohe Auslastung. Vor allem bei den Tierpflegern ist es sehr schlimm, bei den Technikern, ja geht es. Aber bei den Verkäufern schaut es immer sehr schlimm aus und vor allem bei den Tierärzten. Und deswegen müssen wir uns jetzt mal darum kümmern. Jetzt müssen erstmal ein paar Tierärzte her. Jetzt wird die Einstellungsrate erhöht. So, das waren jetzt ein paar Tierärzte. Ein paar mehr. Das sollte hoffentlich die Problematik verringern. Dann brauchen wir ein paar Verkäufer. Ihr verstärkt das Team nun. Und schaut, dass ihr schön immer zusammen bleibt. Immer schauen, dass wir hier irgendwie ein gutes Team haben. Genau. Leute, die haben wir jetzt auch verstärkt. Der Putztrumpf war ganz okay, glaube ich. Die Tierpfleger waren ein großes Problem. Und ein Zoo braucht ein gutes Tierpfleger-Team, weil nur ein gutes und happiest Tier... Ja, schau dir, die ersten haben schon gleich einen Auftrag bekommen. Und die ersten laufen auch schon los, weil es halt viel zu viel gibt. Und ich glaube, die große Einstellungswelle wird unserem Zoo auch gut tun. Viele neue Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter haben wir eigentlich insgesamt aktuell im Zoo? Steht das mal so in... Die Mitarbeiterräume. Wir haben zwei große aktuell. Mitarbeiter überarbeiten sich nicht so schnell. Was können wir denn zum Beispiel hier machen? Wir machen mal Freienzeitraum. Lernmaterial. Tausendraum. PR-Kurs. Der hier wird oft gebraucht. Wo ist der? Lokalisieren wir den mal. Das ist der hier hinten. Dann tun wir hier noch eine weitere Einrichtung hin. Mitarbeiter. Mitarbeiterraum. Welcome to the Planet Zubeta. Aber ich hätte gerne den großen Mitarbeiterraum jetzt zum Beispiel hier noch. Einmal schön gedreht. Warum schwebt der Weg? Oh, der schwebt gar nicht. Das Haus schwebt, aber warte mal. So, jetzt schwebt. Das schwebt immer noch. Aber okay. Es geht jetzt gerade mal nur darum, dass wir einen weiteren Pausenraum zum Ausweichen haben. Einrichtung 3 hat keinen Strom. Aber warte mal. Wir haben doch diese neue tolle Einrichtung. Namens Solaranlage. Oder? Ja. Es produziert jetzt gleich weniger Strom als fast alle anderen. Aber was ist denn das von der negativen Einfluss her? Absolut keinen? Das wäre grandios. Ah, weil Solarpaneele keinen Sound machen. Das ist natürlich sehr praktisch. Das ist extrem praktisch. Ah, das ist ja der ist geclosed zum Beispiel aktuell. Weil uns Mitarbeiter fehlen. Aber da haben wir jetzt schon einen neuen frischen Trupp auf dem Weg, der sich da drücken kümmert. Der Königstiger ist auch hungrig. Aber da ist Essen. Guck mal. Da gibt es lecker, lecker frisches Zeug. Guckt euch die kleinen, süßen an. Die sind schon echt putzig. Sonst gerne würde ich gerne zu Hause haben. Schuss, dieser wird sie sein. Veterinärforschung aufgeschlossen. Oh. Was haben wir wieder forscht? Der Kommodover-Rahmen. Aktive? Wo? Was? Aktive Krankheit. Aber ich hoffe, da drum wird aktuell schon gekümmert, diese aktive Krankheit zu bekämpfen. Was haben wir denn jetzt falsch? Transport-Fahrgeschäfte. Stimmt, da wollten wir auch mal was machen. Ähm, was war denn das hier? Einrichtung. Transport-Fahrgeschäfte. Was haben wir denn jetzt? Eine schwebende Gondel. Also was brüllen die denn da draußen so? Ich weiß es nicht. Hier geht es voll ab. Also schwebende Gondel wäre bestimmt interessant, die mal drüber zu fahren. Wir haben voll viel Platz noch. So, aber was ich gerne ausprobieren würde, vor allem weil hier der Eingang ist, ist doch, welche Türen kommen Leute durch? Kann ich, weil es gibt doch hier, äh, Bauen. Gibt's doch irgendwo die Türen auch, ne? Türen. Wenn ich hier ne Tür habe. Können Türen verwendet werden? Ja oder nein? Leute, wir müssen hier einmal. Ich hoffe, wir Leute verwenden das auch so. Einen Durchgang. Und jeweils die Wände links. Leute, da ist ne Tür! Und dann eine Tür rein. Ihr kennt das Teil nicht mehr, das ist ja super. Hm, doch jetzt hat's. Hä? Okay, so gut funktioniert das jetzt auch nicht irgendwie. Also, Ziere erkennen Wände, aber Menschen nicht. Vor allem, weil die Tür von innen fest verschlossen ist. Schon wieder ne Veterinofen, schon abgeschlossen. Was geht denn jetzt ab? Dalschafe. Also, wir können dieses Gebäude wegtun, weil das hat sich absolut nichts gebracht. Oder geht es mit Barrieren? Das ist doch auch ein Schwan, unten ne Barriere rummachen. Gästetor. Hölzerne Schienenschleuse. Warte mal. Das muss ich jetzt probieren. Das ist jetzt die Tür. Wer wird nun? Kann ich das ändern? Und wenn ich jetzt hier Wege nehme. Und dann einmal. Da bin ich jetzt interessiert. Was passiert da? Aha. 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 Also, rein theoretisch könnte ich die Besucher in ein Gehege locken. Das Problem ist, dass die Tür halt dann nie zugeht, ne? Das stellt eine gewisse Problematik da, wenn ich Affen reinsetzen will. Ich würde dann so gern Affen zu dir reinsetzen. So gerne. Okay, warte mal. Wir pausieren mal kurz. Das Problem ist ja jetzt, dass ich jetzt sozusagen hier den Weg entkoppelt habe. Ich glaube, der war acht Meter breit. So gut. Das muss ich jetzt wieder entfernen. Das ist sehr komisch. Sehr, sehr komisch eigentlich alles. Bedeutet, ich kann rein theoretisch... Was kann... Wo ist denn dieses komische Pedia da? Das sind diese komischen Viecher. Das mag ich alle nicht. Müssen ich aber eigentlich mal ein Gebäude bauen, extra für. Warum kann man eigentlich zum Beispiel so was für Frösche keinen freien Froschgeege bauen oder sowas? Jetzt gibt es Weitchen hier. Super. Ähm. Nee, wollte ich dieses Pedia haben. Verbrechen. Alle ersetzen, alle ersetzen, alle ersetzen. Es gibt gar nichts. Kein Verbrechen. Wirklich Gäste. Dieser ganze Müll ist widerlich. Dann würde schon doch alles ganz gut aus eigentlich. Am liebsten werden die Eisbären angeschaut. Das ist interessant. Im letzten Jahr, in diesem Jahr, warum 4.000 Minus? Genutztes Land, 58.000 Quadraten, wir jährlich schon 14.000. Aber wir sind gerade beim Minus machen oder sich Bericht ansehen. Was sagt der Inspektor? 5 Sterne, 5 Sterne, 5 Sterne. Not bad. Und draußen wird schon wieder rumgebrüllt von der Hausseite. Diagramm, durchschnittliche Ausgabe, 91 Euro. Holla. Erwischte Taschendiebe. Festgenommene Taschendiebe, 10. Opfer von Taschendiebstahl. Opfer von Taschen. Hä? Okay, erwischte. Zerstörte Objekte, genau eins. Wie kann ich nur 5 erwischen, aber 10 festnehmen? Hä? Ich glaube, wie muss man... Oh nein, nicht schon wieder. Also jetzt hat, glaube ich... Wie viel machen wir denn aktuell? Letztes Jahr, vor 2 Jahren, Jahresdurchschnitt. Gesamtgewinn 2.000 aktuell nur. Kontinuierliche Ausgaben. Wie viel gebe ich denn für meine Mitarbeiter aktuell? Ich gebe 15.000 mehr aus. Ja, dann ist es klar, warum ich kein Kohle mehr habe. Das ist die Frage. Was für Tiere haben wir denn noch? Was könnte... Also ich hätte für Affen schon eine richtig geile Idee, aber... Flamingos, Erdferkel, Nashorn wäre auch was. Elefant? Ich bin immer noch für eine Drecksgiraffe. Wo sind hier Giraffen? Eine Giraffe, eine Netzgiraffe. Ich will Netzgiraffen. N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-netzgiraffen. Netzgiraffen, Netzgiraffen. ich würde was gerne machen was Großes was Riesiges ungefähr diese Größe einnehmen ein Riesenprojekt dafür brauche ich unser komisches Supedia kann man das irgendwie auch so öffnen einfach ins ins Supedia reinkommen ich würde zum Beispiel einfach Supedia genau da will ich hin jetzt sagen wir mal ich hätte gerne was mit afrikanischen Elefanten Interspechise Elefanten profitieren nicht davon mit anderen Tieren den Platz zu teilen aber es steht jetzt auch zum Beispiel nicht da mit welchen Tieren sie sie vertragen das ist ja nicht schade weil ich hätte gerne zum Beispiel dass wir dann das sind amerikanische Bisons das gibt auch keinen Sinn aber zum Beispiel halt Giraffen wo sind denn jetzt wieder Giraffen oder ein Panzernaßmann profitiert von auch nichts Trampeltier profitiert auch nicht profitiert auch nicht wir können eh nicht profitieren davon Alter ich finde die dreckige Giraffe nicht muss doch hier irgendwo einen Giraffen-Schnitt laden Netz-Giraffe du profitierst aber genau hier guck mal von Kaffernbüffeln Steppenzebras Thompson-Karzellen Weiß-Schwarz Schwanz Gnus Springbock wird davon profitieren sich das GG mit anderen Tieren zu teilen zum Beispiel einen afrikanischen Strauß wenn wir jetzt sagen wir kaufen jetzt Kaffernbüffel oder haben wir nicht noch Kaffernbüffel sogar Thompson-Skarzellen glaube ich haben wir auch Rappen-Antiluken Schwarzschweine Schwar Warzensschweine Ach Warzensschweine Scheiße und Springbock und halt das komplette Paket und machen hier ein riesiges Afrika-Gehäbige wo du mit dem mit dem mit dem Dingsdorf fahren kannst ist ja doch mega geil oder Aber wir haben doch hier die schwarzen Gnus schon ne das sind Bisons die wir haben Was seid ihr nochmal gewesen? Ich glaube ich seh das mal wie ihr heißt Wo seid ihr alle? Moment mal Hä? Da sind keine Tiere drin Wo sind die Tiere hin? Beziehungsweise Was war da drin? Okay Das ist jetzt natürlich blöd Aber es zeigt nur umso mehr dass es eigentlich wichtig wäre jetzt sowas zu bauen Das bedeutet wir müssen eigentlich rein theoretisch hier ein so ein riesiges Gege machen also wirklich riesengroß Das wird glaube ich geil Am liebsten würde ich ja eh sagen okay wir machen jetzt hier Afrika draus Das ist alles Afrika Oder wir machen echt einen Weg nach Afrika und machen hinten einfach so ein Afrika Gehege so ein riesiges Ist ja halt extrem weit ne Ne Wir bauen erstmal hier Barriere und dementsprechend passende Barrieren Nicht erklimmbar Nicht wasserdicht Achso Erklimmbar Blickdicht Nicht wasserdicht Nicht erklimmbar Nicht erklimmbar Wasserdicht Das ist also das Optimal in diesem Fall zum Beispiel Nicht erklimmbar Wasserdicht Beton Widerstandsgrad 6 5 Dann nehmen wir Betonwände in dem Fall Auf volle Länge Auf Beton Bis das Gehege fertig ist kommt kein Licht rein Natürlich soll man auch außen rum gehen können Gott das wird riesig Schaut euch dieses große Gehege an Aber natürlich am Ende ist da so viel Platz drin Das ist ein Gehege und zwar der African Lifestyle Was ich gerne machen würde ist zum Beispiel dann hier so ein Pfad rauf und hier in der Mitte so ein Berg wo du dich dann umschauen kannst Ich würde sagen das greifen wir in der nächsten Folge an und ich würde sagen das war es für diese Folge ich hoffe ihr hat es gefallen wenn ja lasst unbedingt einen Daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder also bis dann Tschau bis dann Bis zum nächsten Mal.